Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. Die Ausstattung ist so alles eingestellt, wie sie sein soll. Jetzt einfach nur ein Lobby erstellen. Ja, das werde ich wohl schaffen. Na komm, Stone. Die anderen drei. Einer fehlt noch. So. Na? Na, kommt schon. Du fällst noch. Hallo. Oder wartest du bis zur letzten Sekunde? Genau jetzt erst. Oh, du hattest dir irgendwas überlegt. Was ich ausrüsten will oder so. So, Ladezeit. Mach hin. Mach hin. Jetzt komm. So lange kann das doch nicht dauern. Die Ladezeiten immer. Ja. also. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier nicht So, hab dich Und Aufgang Das war, glaub ich, im letzten Moment So, hab dich Auf jeden Fall ist hier ein Geh mal da hinten hin Nichts da Und du bist Aufgang Das ging aber schnell Keine Ahnung Wo die jetzt hin ist So, den schade ich mal Wurde der jetzt nicht geheilt? So, hab dich Yuck Als ob ich dich nicht gesehen hab Und falle Ja So Den beschädig ich jetzt mal So Oh, oh, oh. Hm, da ist jemand gerannt. Und wohin? Ich bin schon bei elf Minuten in der Folge. Ah, da. Ah, da drüben ist noch einer. So, den gehe ich mal hin. Das Mieseste ist, ich habe jetzt noch nie diesen Juckreiz. Was ist die Störung? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich sehe dich doch. Ich sehe euch beide. Ich sehe dich doch. Hä, das war idiotisch. Als ob du mir entkommen kannst. So, ich präsentiere dich jetzt mal auf dem Präsentierteller. Denn hier oben ist der Hund Hake frei. Extra für dich. Hm. Also du kannst sowieso nicht raus. Ah, hier ist auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall. Heldies. Na, wo steckst du? Ach, ist rausgegangen. Brutaler Killer. Zumindest keinen Rückschritt. Rückschritt. Und weiter kann ich nicht. Ja, ich habe jetzt wieder ein Nilernis bekommen. 100% in der Hinterhaltigkeitskategorie, das ist schon mal gut. Und Lobby. Das ist ja nur eine Runde bisher gewesen. Wenn es über 20 Minuten ist, eine Runde, dann mache ich in einer Folge nur eine Runde. Aber unter 20 mache ich 2. Einer fehlt noch. Einer von 4. Ja. Ich müsste eigentlich noch 3 schaffen. Ich frage es mir, wann? 2 pro Folge insgesamt war 2 Runden, 2 Folgen? Nein. 2 Runden? 2 Mal der es geschafft? Oder was? Jetzt 2 Mal so einen Punkt dafür. Jetzt komm. Du fehlst noch. Au. Verdunklung. Verdunklung. Die wollen mich wohl voll nebeln. Verdunkhung. und Was, wobei das für schweine ziemlich blöd ist wenn man so ziemlich weit unten bückt wenn man Besser sagt wenn man schleicht Da ist dann guckt man ziemlich weit unten Und wenn der gras ist und dann noch nebel dann sieht man kaum was Oh Hat da jemand gelaufen? Ah hier ist der Keller Drei, Drei 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 Ach, da oben ist auch ein. So. Hallo, zum Haken. Da hat... Ah! 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 Ja, ich seh' dich renn! Ah! Er ist auf. So. Ich krieg nicht. So. Bant! Da rennt sie ja. Du entkommst mir nicht. Ist die jetzt nach oben gerannt? Also wenn sie sich heilt, müsste ich sie sehen. Hä? Wie kann sie sich heilt, ohne dass ich das sehe? Oh, nein! Oh, nein! So. Wo die wohin sind? Wo ist das hier kaputt? Ja, ja, ja. Auf zum Haken mit dir. Ja. So, guck mal bei dem hier. Ja? Was? Achso, dahinten ist ein Ausgang. So. Hab dich. Und falle. So, hier ist der Keller für dich. Oh, Aufgang. So, da hab ich ja schon die Vorgabe erfüllt. Oh ja. Rangfortschritt plus eins. Die ist einfach abgehauen. Warum auch immer, einfach raus. So. So. Nächstes Level. Mal gucken, was jetzt kommt. Echt, jetzt kommt das wieder. Oh, Level 25. Oh. Das da ist schon lustig. Das ist eine äußerst seltene Opfergabe. Gibt ja auch. Das ist eine der Sachen, die man braucht, um alles töten zu können. Die Frage ist, was hole ich mir? Ich glaube, das hier. Das macht mehr Sinn. Aber ich kann mir hier schon mal was aussuchen, was ich hier hin facke. Ich fange, glaube ich, das hier hin. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer. Ja.